ja sind bis im februar 2024 haltbar und dann machen wir die noch drauf da habe ich noch drei anwendungen drin wie ihr seht und ich würde sagen wir nehmen die runter weil meine kamera ist gerade schon ausgegangen ich glaube mein speicherplatz ist schon wieder aufgebraucht deswegen beeilen wir uns wird sehr wahrscheinlich schon zwei teiler werden hier aber nicht schlimm